Gestern wurde ich zu der ALS Ice Bucket Challenge nominiert. Bevor ich mir den Eiskübel über den Kopf gieße, darf ich noch drei Personen nominieren. Einmal Philipp Geipel, einmal sein Teamkollege Rahel Frey und einmal Sebastian Becker. Ihr habt 24 Stunden Zeit, das selber zu tun oder 100 Euro zu spenden. Oh! Oh! Oh!